Viele von uns erleben jetzt eine unglaubliche Durchstarter-Energie. Neue Ideen, neue Visionen kommen ins Feld und drängen nach Umsetzung. Es ist eine unglaubliche, rasante, turbulente Energieeinhebung, die besonders im Geistigen, also in dem Raum der Ideen, der Visionen stark wirkt, aber letztendlich auch uns selbst, unser Nervensystem, unser Energiesystem, unseren Mentalkörper auch enorm herausfordert. Und was du tun kannst, um wirklich optimal von dieser Energie zu profitieren oder aber auch, um dich zu regulieren, wenn es dir mal zu viel wird, darum soll es hier heute gehen in dieser Podcast-Folge. Hallo, herzlich willkommen zu deinem Lebe-Glücklich-Podcast. Mein Name ist Linda Giese. Ich bin die Begründerin der Seinspotential-Methode und schon seit 2002 als spirituelle Unternehmerin, Coach, Berater, Mentorin unterwegs und helfe den Menschen bei ihren Transformationsprozessen und ich liebe es. Wenn du einmal dabei sein möchtest und mir bei meiner Arbeit über die Schulter schauen möchtest und vielleicht sogar mir dein größtes Problem mitbringen möchtest, damit ich mal auf diese schaue, dann lade ich dich sehr herzlich ein zu unserer nächsten kostenfreien Seinspotential-Live-Show. Den Link dazu und alle weitere Informationen findest du im Text hier zu diesem Podcast. Die Energien sind rasant. Sie sind hochturbulent und sie sprengen förmlich barrierenfrei. Sie sprengen Begrenzungen weg und zwar Begrenzungen in unserer Wahrnehmung. Das ist so die berühmte Bewusstseinserweiterung, die jetzt wirklich auf Hochtouren läuft und damit unfassbar viele Informationen für uns zugänglich macht. Und das ist unfassbar spannend, dass wir eine Flut von Informationen erfassen, aufnehmen, wahrnehmen. Einiges können wir verstehen, einiges können wir einordnen. Wir können auch einiges zusammenbasteln, also so die Zusammenhänge erfassen. und manches ist uns vielleicht noch nicht richtig greifbar. Etwas in uns versteht, was wir da wahrnehmen, aber wir kriegen es noch nicht in Worte gefasst. Wir kriegen es noch nicht übersetzt. Mach dir darüber keine Sorgen, du wirst all das, was du da aufnimmst, nicht verlieren, sondern es wird sich in dir ankern und mit der Zeit in die richtigen Schubladen einsortieren. Und da möchte ich auf eine Zuschauerfrage von meinem letzten Podcast drauf eingehen. Da wurde gefragt, was denn nachts passiert jetzt während des Aufstiegsprozesses, während der Bewusstseinserweiterung, wie das mit unserem Schlaf ist und so weiter und so fort. Zum Beispiel ein Thema, was nachts passiert ist, dass wir vor allen Dingen auch das, was wir nicht richtig erfassen oder verstehen können, dass das in Schubladen einsortiert wird. Wir regenerieren, wir bekommen eine Ruhephase, in der wir Kraft sammeln. Es ist so, dass häufig im spirituellen Bereich gesagt wird, dass wir nachts ganz besonders viele Informationen von unserem hohen Selbst bekommen. Ich sehe das ein ganz kleines bisschen anders. Ich sehe das eher so, dass wir nachts in diese Regeneration eintauchen, in der wir zur Ruhe kommen. Unser Bewusstsein ist zwar aktiv, unsere Seele ist aktiv, ob jetzt Bewusstsein oder Seele, wie auch immer du das nennen möchtest. Aber es ist mehr so dieser Verarbeitungsprozess, der Regenerationsprozess und auch der Aussortierungsprozess im Gange. Dass zum Beispiel unser Mentalkörper entgiftet, dass wir Gedanken, Dinge, die wir aufgenommen haben, die uns nicht gut tun, die nicht zuträglich für uns sind, dass wir die loslassen können. Ein Teil immer davon, nicht alles. Das merken wir, wenn wir am nächsten Morgen aufstehen und haben immer noch die gleichen Sorgen wie vom Vortag oder auch vielleicht destruktive Gedanken wie am Vortag. Aber wir können natürlich ganz, ganz viel tun, um diesen nächtlichen Prozess zu unterstützen. Das heißt, wir können zum Beispiel darauf achten, dass wir abends leichte Kost zu uns nehmen, dass wir früh schlafen gehen, also das heißt vor 24 Uhr. Dass wir bestmöglich auf bewusstseinsbeeinflussende Substanzen verzichten. Dazu gehören Marihuana, Alkohol und andere Drogen. Das ist in dieser aktuellen Zeit ganz besonders wichtig, denn das, worüber wir heute sprechen, das Entgiften, das Bewusstseinserweitern, das Verarbeiten, das läuft natürlich jetzt auch auf Hochtouren. Und wenn sich da so ein Stau bildet, weil zum Beispiel Substanzen in uns vorhanden sind, die einfach diesen Prozess behindern, dann kann sich da etwas stauen und es fühlt sich nicht sonderlich gut an. Und das ist auch nicht zuträglich für unser Wohlbefinden, für unseren Aufstiegsprozess, für unseren Bewusstseinswandel. Auch achte darauf, was du abends noch generell konsumierst an Informationen. Wenn du etwas liest oder etwas schaust, schaue, dass das etwas Wohltuendes ist, was dich eher beruhigt, was angenehm für dich ist. Du kannst auch abends, bevor du, oder wenn du schon im Bett liegst, darauf achten, dass du, bevor du wirklich dich entschließt einzuschlafen, ganz ruhig in deinen Bauch atmest. Was mir besonders hilft, ist eine ganz besondere Atemtechnik. Und zwar atme ich, ich atme nicht hoch durch die Nase, also sozusagen hoch ins Gehirn, sondern ich atme hier in die Seite, sozusagen in die Nebenhöhlen und herunter in meinen Körper bis ganz unten tief in meinem Bauch. Und ich lasse wie bei einem Wassereimer, wenn der sich füllt, ja, wir alle kennen so Eimer, wenn du die mit Wasser füllst, die füllen sich ja von unten nach oben. Und so lasse ich eben auch von unten nach oben die Luft sich in meinem Atmungskörper, Fassungsvermögen aufsteigen. Und ich mache das mehrfach, dass ich so ganz ruhig diese Atmung erweitere, sodass mein ganzer Bauchbereich weit wird, dass mein Brustbereich weit wird und dass sich dadurch eben alles auch ganz schön entspannt. So, und da kannst du dich natürlich ganz wunderbar unterstützen, dass dieser Prozess, der tags und nachts läuft, dass der nachts bestmöglich für dich arbeiten kann. Natürlich ist es so, dass du nachts auch Eingebungen, Durchsagen, Warträume, Klarträume haben kannst. Und das ist auch super schön und super wertvoll. Primär geht es hier mir in dieser aktuellen Phase darum, dass der Körper sich reinigen kann. Denn das ist unfassbar wichtig. Wir haben so viel Müll angesammelt an Informationen, an Lügen, an Unwahrheiten, an Steuerungen auch unseres Bewusstseins, also dieses Social Engineering, also dass das Bewusstsein der Menschheit gesteuert und gelenkt werden sollte in den vergangenen Jahren. Das haben wir alles aufgenommen. Und es ist egal, ob du für die Information oder gegen die Information warst. Es hat etwas mit uns gemacht. Und wir können uns auch nicht darauf ausruhen, wenn wir sagen, okay, ich war auf dieser Seite oder ich bin auf dieser Seite, entweder dafür oder dagegen, und damit bin ich richtig. Beide Seiten, dafür oder dagegen, werden angesteuert, werden beeinflusst. Und wir sind sehr, sehr stark von Informationen, Informationen sind eben auch Frequenzen, also mit Frequenzen verseucht, machen wir es mal so, oder gefüllt, die niederschwingend sind. Niederschwingende Frequenzen haben sich in uns breit gemacht. Niederschwingende Frequenzen sind zum Beispiel sehr stark spürbar, wenn sie Angst auslösen. Angst breitet sich schneller aus im Körper als alles andere. Scham bereitet sich schneller aus im Körper als alles andere. Die Frequenzen können wir sehr, sehr gut spüren. Und wir haben einfach in den vergangenen Jahren einiges erlebt, was uns partiell Angst machen konnte. Wo wir einfach, egal welche Ängste du hattest, wo soll das hinführen oder hoffentlich betrifft es mich nicht oder was auch immer, auch Ärger. Sich zu ärgern über die Spaltung, sich zu ärgern über die Regierung, sich zu ärgern über die Geimpften, sich zu ärgern über die Ungeimpften, völlig egal. Also es sind diese niederschwingenden Frequenzen, die in unserem System einfach noch vorhanden sind. Und das Spannende ist jetzt, und das ist unfassbar wichtig, diese Frequenzen dürfen wir uns jetzt entledigen. Auf den höheren Ebenen hat diese Reinigung schon längst stattgefunden. Auf den höheren Ebenen ist der Weg völlig frei für eine gute und gesunde Entwicklung des menschlichen Bewusstseins. Wir als Menschen, wir sind halt die träge Masse, Materie. Wir brauchen einfach ein bisschen länger, bis wir auch eben an dem Punkt angekommen sind. Und das ist einfach total natürlich. Da gibt es auch gar nichts dran zu rütteln. Das ist auch nichts Schlimmes. Aber wir dürfen diesen Prozess der Reinigung und der Entgiftung, so formuliere ich das, unterstützen. Was kannst du tagsüber auch tun? Einmal um den Reinigungs- und Entgiftungsprozess zu unterstützen und gleichzeitig aber auch diese Durchstarter-Energie zu unterstützen, diese tollen Ideen, diese Visionen und auch die Kraft und den Mut, diese Dinge umzusetzen, lösungsorientiert an Themen heranzugehen. Das ist im Moment wie so eine Waage. Auf der einen Seite entgiften wir die niederschwingende Energie. Auf der anderen Seite machen wir durch diese Reinheit in uns, je reiner du wirst, umso mehr von den höheren Informationen, Visionen, Ideen, Tatendrang etc. ist natürlich für dich auch erfassbar, erfahrbar, kommt durch, dringt zu dir durch. Und da kannst du zum Beispiel auch hier drauf achten, Ernährung, ausreichend trinken, also ein gut hydrierter Körper, ein gut hydrierter Gedankenapparat, ein gut hydriertes Gehirn, ist einfach viel konzentrierter, viel wacher, viel aufmerksamer, kann viel mehr erfassen. Wasser auch als Informationsträger, Wasser nimmt Informationen auf und gibt sie ab. Also wenn du genügend Wasser trinkst, ich empfehle immer lebendiges Wasser zu trinken, energetisiertes Wasser zu trinken, umso mehr unterstützt du dich eben auch in diesem bewusstseinserweiternden Aspekt. Achte auf die Nahrung, die du zu dir nimmst. Sorge dafür, dass sie bestmöglich rein und lebendig ist. Das ist eine Empfehlung, du entscheidest, ob du diese Einladung, diese Empfehlung annimmst und wie viel du davon umsetzen kannst. Und ich sage einfach, jeder Schritt in eine Richtung, die du selbst verbessern möchtest, ist ein guter Schritt. Wenn du nur ein ganz kleines bisschen umsetzt, ist es immerhin noch besser, als es gar nicht zu tun. Achte auf deine Gewohnheiten. Weißt du, unser Körper ist nicht nur unser Körper, sondern unser Körper ist ja auch unser Bewegungsapparat. Und in diesem Wort steckt das Wort Bewegung drin. Und ich empfehle dir, achte auf ausreichend Bewegung. Bewege deinen Bewegungsapparat. Geh regelmäßig spazieren. Zieh dir einfach, zack, die Jacke an, wenn es gerade trocken ist. Zack, Jacke an, Schuhe an. Und wenn es zehn Minuten nur sind, regelmäßig rausgehen, dich bewegen und mehrfach am Tag schauen, dass du den Körper immer wieder in seine Bewegung bringst. Denn wenn wir uns bewegen, kommt etwas in Bewegung. Das Geistige, das Seelische und das Körperliche, das gehört nun mal eben einfach zusammen. Und wir können nicht nur in spirituellen Sphären auf Visionen und Eingebungen hoffen oder warten oder sie dankbar annehmen, sondern die Bewegung ist ein ganz wichtiger Baustein unserer irdischen Inkarnation. Was gibt es noch? Was wollte ich denn noch mit dir besprechen? Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Ernährung, Bewegung. Ah ja, okay. Dann schau mal, dass du dich generell von Konzepten und Überzeugungen löst, die du einfach mal irgendwann übernommen hast. Man darf nicht unterschätzen, Überzeugungen sind wie abgeriegelte Räume. Eine Überzeugung ist so, das ist so. Es ist eine Feststellung. Es ist etwas Absolutes. Ich kann das nicht. Ich konnte das noch nie. Es ist etwas Absolutes. Das öffnet nicht die Möglichkeit. Es versperrt dir die Möglichkeit, dass sich daran etwas ändert. Generell sämtliche Überzeugungen immer wieder. Nimm dir die Zeit, überprüfe sie. Es kostet nichts. Es kostet weder Geld, es kostet nichtmals Zeit. Es kostet einfach nur Aufmerksamkeit, dass du dich und deine Gedanken, dich und deine Überzeugungen überprüfst, damit du hermetisch abgeriegelte Räume lokalisierst und sie entriegelst. Und dazu gehören auch spirituelle Konzepte. Nicht nur deine Überzeugungen, die du mitbekommen hast, vor allem die negativen Überzeugungen. Ich bin dumm, ich bin klein, ich bin dick, ich bin hässlich, ich traue mich nicht, ich kann das nicht, ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht gut genug. Sondern eben auch andere Überzeugungen wie, was weiß ich, Geld stinkt. Was gibt es denn noch? Fällt mir auf die Schnelle gar nichts ein, hätte ich mich mal besser vorbereiten sollen. Oder es ist so wichtig, im Hier und Jetzt zu leben. Ein spirituelles Konzept. Das ist ehrlich gesagt Bullshit. Weil das kommt darauf an, welches Seinspotenzial du hast. Es gibt Menschen, die sind einfach vertikale Power-Menschen. Und vertikale Power-Menschen sind zum Beispiel Menschen, die über ihre eigene Generation hinausdenken und vorangegangene Inkarnationen berücksichtigen. Und aus ihnen, aus den Weisheitsschätzen lernen. Zukunftsforscher zum Beispiel. Die müssen weit in die Vergangenheit gucken, um Muster zu erkennen und müssen sie letztendlich auch in die Zukunft übertragen können. Oder Astrologen zum Beispiel. Oder wir haben eine ganz, ganz tolle Kundin, die hat sich immer schlecht gefühlt, weil sie dieses spirituelle Konzept, ich muss im Hier und Jetzt leben, ich muss im Hier und Jetzt leben. Und das war ihr aber so einfach nicht möglich. Und wir haben dann einfach eine Analyse gemacht und haben herausgefunden, dass sie ein vertikal orientierter Mensch ist. Und das bedeutet, sie muss Vergangenheit und weit entfernte Zukunft, das sind Aspekte, die in ihr unglaublich präsent sein müssen in ihrem Leben. Und das Spannende ist, seitdem sie das für sich weiß, ist sie unglaublich entspannt und hat ihr Business, was ganz viel mit Ahnen zu tun hat, mit Ahnenarbeit, ganz selbstbewusst und mit viel mehr Leichtigkeit nach vorne bringen können. Und hat allein durch dieses Wissen eine so starke Kraft in sich und ein Selbstbewusstsein in sich und eine Entlastung in sich aktivieren können, dass sich das sogar auf ihr Business ausgewirkt hat. Nur mal eben so am Rande. Aber es gibt natürlich Menschen, die eher so in dieser horizontalen Frequenz von ihren Seinspotenzialen aktiv sind. Und für diese Menschen ist es total wichtig, dass sie im Hier und Jetzt aktiv sind. Und wir sollten aufhören zu werten. Wir sollten auch aufhören, diese spirituellen Konzepte jedem überzustülpen. Genauso ist es auch überhaupt nicht richtig, dass jeder sich spirituell orientiert bewegen muss. Es gibt Menschen, bei denen ist das von den Seinspotenzialen her unglaublich erkennbar, dass das für die wichtig ist. Aber es gibt auch Menschen, da erkennen wir ganz, ganz stark, wie viel Spiritualität tut dir für deine Lebensführung gut. Oder ist es vielleicht für dich deutlich wichtiger, von deinen Potenzialen her, rational vorzugehen. Und wirklich dieses Zahlen, Daten, Fakten, Analysen, Tabellen etc. mit einzubeziehen. Und es kann sein, dass es auch Menschen betrifft, die das überhaupt gar nicht so mögen. Ja, aber für die von den Seinspotenzialen her ganz klar offensichtlich ist, hey, das mit der Spiritualität ist gut und schön und das darfst du auch. Heißt ja nicht, dass du nicht so sein darfst oder nicht so bist. Ja, das sagt das gar nicht aus. Ja, aber es wird einfach gesagt, damit du besser durchs Leben kommst und damit du deine Ziele und deine Visionen umsetzen kannst in die Tat, tut es dir gut, dich so und so vielleicht eher rational auszurichten. Ja, und was ich damit sagen möchte ist, es ist ganz, ganz wichtig, dass jeder Einzelne, und das ist eben etwas, was du für dich tun kannst, ja, dass sich jeder Einzelne eher auf seine eigene Wahrheit konzentriert. Wir sind so orientierungslos, weil wir über so viele Quellen hören oder lesen oder whatever oder verurteilt oder beurteilt werden, wie wir uns zu verhalten haben, wie wir uns auszurichten haben. Und das ist dem Individuum nicht angemessen, ja. Aber nicht umsonst ist dein Fingerabdruck ganz individuell und gleicht keinem anderen. Und so ist es eben auch, ich sage das immer mit deinen Seinspotenzialen, weil wir eben herausfinden können, was deine Seinspotenziale sind. Aber das können wir auch ohne Seinspotenzialanalyse, können wir natürlich auch ganz klar sagen, einfach über den Daumen gepeilt, da ist jeder einfach so, wie er ist. Und jeder ist in seiner ganz individuellen Ausrichtung absolut richtig. Und unser Job ist es jetzt, und das ist das Schöne jetzt in dieser aktuellen Zeit, unser Job ist es, wieder bei uns selber anzukommen, wirklich herauszufinden, okay, wer bin ich da eigentlich wirklich unter all den Konzepten, unter all den Überzeugungen, die wie so Mülleimer über uns ausgegossen worden sind, begonnen in der Kindheit und Erziehung bei den meisten von uns und uns da einfach wieder freizuschaufeln. Also uns wirklich aus diesem Riesenmüllberg, dieses Bild ist, glaube ich, ganz gut, herauszuschälen, ja. Und unser Job ist es jetzt, wirklich aus diesem Müllberg, und der kann Meter, hunderte Meter über uns ausgeschüttet sein, daraus zu krabbeln und uns davon zu befreien. Es ist ein unglaubliches Jahr, wo wir immer mehr Klarheit gewinnen werden, wo wir Ideen, Visionen empfangen und diese umsetzen, das ist diese positive Energie, gleichzeitig aber auch in uns selbst aufräumen, uns entgiften, Trauma heilen, traumasensibel mit uns umgehen, da habe ich schon einige Folgen gemacht, schaut einfach, arbeitet euch mal durch, werdet ihr schon die passenden Folgen finden, wenn es euch interessiert. Und gleichzeitig eben auch, uns aus diesem Müllberg rauszuschälen, also in uns aufräumen und das, was uns übergestülpt wurde, auch zu beseitigen. Das ist also ein Jahr, wo wir viel an uns arbeiten können, sollten aus meiner Sicht und wo wir aber dadurch auch sehr viel Klarheit gewinnen. Und diese Klarheit, das ist die, die wir brauchen. Für dieses Jahr sollten wir uns auf die Agenda schreiben, Klarheit zu gewinnen, denn diese Klarheit, diese Unterscheidungsmöglichkeit, die ist für uns so wichtig, für dieses Jahr und für die weitere Zukunft, denn wir haben, glaube ich, in den vergangenen Jahren erkennen können, wie herausfordernd es sein kann, die Wahrheit herauszufinden. Die Wahrheit in anderen Gesichtern zu lesen, da sind wir noch nicht ganz so stark, der eine mehr, der andere weniger. Statistiken, Quellen, Glauben zu schenken, da haben wir auch erlebt, da gibt es solche und solche. Und das wird jetzt im Zuge mit dieser immer weiter zunehmenden Informationsflut und vor allen Dingen auch mit der künstlichen Intelligenz, wo so viele Fakes erstellt werden können, wird das immer schwieriger für uns werden. So, jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt. Gut, du kannst ein extrem geniales Werkzeug für dich nutzen, wie so ein Lügendetektor, wie so ein Wohlfühldetektor, wie so ein Mentor, der immer an deiner Seite ist, der ganz klar dir Hinweise gibt, und zwar hieb- und stichfest, auf die du persönlich vertrauen kannst. Und dieses Werkzeug ist komplett kostenfrei. Und das ist unser Körper. Wenn du, und das ist wirklich das Maß aller Dinge, wenn du eine gute Beziehung zu deinem Körper aufbaust, und ich spreche auch diejenigen an, die schon eine gute Beziehung zu ihrem Körper haben, denn unser Körper gibt uns immer Hinweise und Signale. Viele von uns hören erst auf ihn, wenn er zusammenbricht. Oder wenn er sehr stark meldet, zum Beispiel durch Krankheiten oder andere störende Empfindungen. Du kannst in jedem Gespräch fühlen, was fühle ich gerade. Du kannst bei jeder Nachricht fühlen, was fühle ich gerade. Du bist immer in der Lage, einen Scan durch deinen Körper zu machen und zu spüren, was fühle ich hier gerade. Lass dich nicht so sehr einfangen durch visuelle Dinge, also die Optik, also die Bilder, durch Mimik, durch Worte, sondern spüre in deinen Körper hinein. Dein Körper reagiert. Ganz sensibel. Der wird immer fein schwingender. Jetzt merkst du, es ist so wichtig, dass wir uns entgiften, auch auf der mentalen Ebene, damit wir diese Signale, die er uns sendet, immer stärker spüren und wahrnehmen. Und ich sage dir, wenn du ein unangenehmes Gefühl hast, ist es möglich, dass dein Verstand überhaupt gar nicht weiß, warum. Du darfst deinem Gefühl vertrauen, selbst wenn du erst viel später erfassen kannst, warum du dich so gefühlt hast. Und selbst, wenn es so ist, dass dieses Gefühl durch dich selbst ausgelöst war. Zum Beispiel, du reagierst auf jemanden mit einem unangenehmen Gefühl, du weißt nicht genau, warum. Du ziehst dich zurück und merkst irgendwann, ah shit, das ist eigentlich eine eigene Tretmine, die bei mir gelegen hat. Da hat was in mir reagiert, der andere konnte gar nichts dafür. Ist auch nicht schlimm. Weil dann weißt du, okay, das kann ich jetzt bei mir persönlich traumasensibel begleiten und auflösen. Aber ganz häufig wirst du feststellen, dass dein Gegenüber nicht ehrlich war. Und was ist dieses nicht ehrlich? Das nicht ehrlich muss nicht immer eine Lüge sein. Das nicht ehrlich kann auch sein, jemand heuchelt Interesse an dir und vielleicht glaubt er sogar selbst, der hat Interesse an dir, aber interessiert sich eigentlich nur für dich. Das ist mir die Tage passiert. Da habe ich mich mit einem Menschen getroffen, wo ich eigentlich da fest von ausgegangen bin, dass diese Person sich sehr für mich interessiert. Und ich spürte aber während unseres Gesprächs, ich spürte meinen Körper so intensiv, so intensiv, dass ich das Gespräch abbrechen musste. Oder ich musste gar nichts, aber ich habe mich entschieden, das zu tun. Und bin dann über die weitergehende Recherche so nenne ich das mal, darauf gestoßen, warum mein Körper so reagiert hat. Mein Verstand hat das im ersten Moment mir gar nicht so zugespielt, die Informationen. Weil ich abgelenkt war durch schöne Worte, durch nettes Gestik und alles Mögliche, dass da etwas in mir ausgeblendet war. Aber als ich das Ganze noch mal Revue passieren lassen habe, konnte ich ganz klare Anker feststellen, wo mir etwas vorgemacht wurde. Ist auch gar nichts Schlimmes, ist auch kein Drama. Ich werde diese Person jetzt auch nicht aus meinem Leben ausschließen, aber ich werde das beobachten. Und zwar sehr sensibel beobachten. Und vielleicht diese Beziehung dann in die Kategorie einräumen, wo sie hinpasst. Es ist ja deswegen kein schlechter Mensch. Und für dich einfach mal als Einladung auch, gehe eine tiefere Beziehung mit deinem Körper ein, heile die Beziehung zu deinem Körper, unterstütze ihn über gesunden Schlaf, wie du da hinkommst, haben wir ja zu Anfang der Folge besprochen, dass er sich reinigen kann. Gehe über Bewegung, unterstütze deinen Körper auch noch einmal beim Entgiften, beim Loslassen und damit sich empfangsbereit machen für die Informationen, die kommen. Nimm die Informationen, die Inspirationen, die Visionen, die Ideen, die du zugespielt bekommst. Wichtig, nimm sie ernst. Gerne mit Freude und mit Leichtigkeit. Und schau, was kannst du davon umsetzen. Denn für viele, viele von uns, vor allen Dingen für diejenigen, die in der Vergangenheit schon sehr intensiv an sich gearbeitet haben, werden jetzt die kommenden Tage und aber auch die kommenden Wochen schicksalhaft und bahnbrechend sein, was neue Inspirationen, neue Begegnungen, neue Ideen und somit auch Umsetzungsmöglichkeiten, wenn ihr diesen nachkommt, kann das sein, dass ihr wirklich schicksalhafte Veränderungen für euer Leben vornehmen könnt und da somit auf dem kosmisch geführten Seelenplan seid und da immer stärker, ja, einfach letztendlich diesem Sinn, warum ihr hier seid in diesem Leben, auf die Schliche kommen könnt. Achtet darauf, dass ihr eure Urteile, was andere anbelangt, zurückfahrt. Fahrt auch zurück, dass andere über euch urteilen dürfen. Ja, also ich habe da ja mal so einen sehr klugen Rat bekommen von einem meiner wichtigsten Mentoren in meinem Leben, der zu mir gesagt hat, Linda, ich würde mich an deiner Stelle, ich würde an deiner Stelle nur Kritik von jemandem annehmen, von dem ich auch einen Rat annehmen würde. Ja, fand ich einen sehr, sehr spannenden Satz und den beherzige ich da wirklich auch sehr. Und auch das ist mir in den vergangenen Tagen passiert, dass mir eine gut gemeinte Kritik entgegenkam, um die ich erstens überhaupt gar nicht gebeten hatte und die auch sehr anmaßend war. Und wo ich dann für mich im ersten Step merkte, boah, das ärgert mich, ich merkte das so richtig in meinem Bauch. Und dann bin ich halt dazu übergegangen zu sagen, okay, ich lasse das bei dem anderen, weil jemand anderes kann über mich überhaupt gar nicht urteilen. Für den anderen mag das richtig sein. Für mich persönlich ist es nicht richtig, weil ich kenne meine Seinspotenziale und ich weiß, was ich brauche auch. Und konnte dann somit eben einmal mich selbst wieder stabil aufstellen und mich nicht irritieren lassen. Das findet ja meistens statt, wenn man da so eine Kritik bekommt, das sitzt dann erst mal. Auch wenn man den Stinkefinger hebt und sagt, lass mir in Ruhe, sitzt das. Und das beschäftigt einen. Und dann habe ich mich natürlich aber auch dem Teil zugewandt in mir, der sich hat irritieren lassen, der sich hat auch ärgern lassen. Und habe geschaut, okay, was steckt dahinter? Wie fühlt der Teil in mir sich? Warum ärgert er sich? Und bin natürlich von, ich lasse mich nicht gerne kritisieren, ich bin nicht wirklich gut kritikfähig. Ich mag es nicht, wenn man mich nicht wertschätzt, wenn man mir ungefragt zu nahe kommt. Und darunter, was lag darunter? Natürlich einfach auch ein ganz süßes, armes, kleines, linderer, ich, ja, so ein ungesehenes, inneres Kind, was einfach letztendlich auch lieb gehabt werden möchte und auch gerne die Dinge gut machen möchte. Und so ein Gefühl natürlich verinnerlicht hatte, ich bin nicht gut genug, ja. Und deswegen dieses Ganze, ich bin nicht kritikfähig, ja, das ist auch mehr so eine Abwehrreaktion, ja. Das ist wie so ein Schutzmuster. Und wirklich dann dahinter zu steigen, ja, da gab es einfach noch etwas in dem Moment, was sehr reagiert hat mit, ich möchte mich schützen vor dem Gefühl, nicht gut genug zu sein, ja. Und dann gehe ich halt hin und bereinige das, integriere das, beältere das nach, ja, bin also ganz liebevoll auch zu diesem kleinen Wesen, was sich da meldet. Und habe ich aber auch in vergangenen Folgen schon ganz häufig drüber gesprochen, wie ich das tue. Arbeite dich einfach ein bisschen durch. Okay, das war es für den heutigen Tag. Das war das, was ich mit dir teilen wollte. Ich wünsche mir natürlich sehr, dass diese Podcast-Folge dich inspiriert. Und wenn das so ist, lass mir super gerne einen Kommentar da, like auch gerne dieses Video und lass mir auch gerne dein Abo da und aktiviere die Glocke, dann verpasst du nichts von den Themen, die wir auch in den nächsten Tagen und Wochen immer wieder hier besprechen werden. Denn es geht jetzt sehr, sehr stark um diesen Bewusstseinswandel, denn die Energien, die pushen sich so richtig nach oben. Also das spitzt sich immer mehr zu. Und da gibt es bestimmt noch eine ganze Menge zu erzählen. Und wenn du auch bestimmte Fragen hast, darfst du sie gerne auch in den Kommentar schreiben. Denn so wie ich hier mit dem Schlaf drauf eingegangen bin, das ein oder andere Interessante von euren Fragen werde ich immer wieder mal aufgreifen. Ja, und hier auch in weiteren Podcast-Folgen verarbeiten. Für alle, die sich gerne mit mir vernetzen möchten, gerne bitte auch auf Instagram, denn dort bekommst du immer wieder zentrierte, wertvolle Tipps von mir, ganz kurz, ganz knackig, so dass du immer wieder so einen schönen Reminder hast, der dich in deiner Mitte und in deiner Wahrheit hält oder aber dich dahin führt, wenn du mal kurz ausgeschwenkt bist. Ja, von Herzen das Allerschönste für dich. Ich freue mich sehr, mit dir hier auf dieser irdischen Reise zu sein. Deine Schwester im Geiste, deine Linda. Deine Schwester im Geiste, Deine Schwester im Geiste. Deine Schwester im Geiste,